Hallo Nachbar, kommst du ein bisschen zu uns? Nein. Schalter Tag heute. Ciao. Freuen wir dich über den, oder was? Warum gehen Sie nicht in eine Schule und lernen Sie nicht irgendetwas? Du kannst mir ja was lernen, hm? Mich lehren, nicht mir lehren. Krieg uns lieber den Kleiner mit dem scharfen Arsch. Der Kleiner ist oben und lernt richtig Deutsch. Ali, du bist auf der anderen Seite, ich fahr. Ja, ich glaube nicht, dass es ein guter Gelegen ist. Für eine Familie. Ja, aber schau mal, das Hotel ist billig und die Leute sind auch ganz nett. Nett. Ja, Ali, wenn du länger bleibst, müssen wir sowieso was anderes mitnehmen.